Oliver Pocher wegen TV-Warnhinweis auf 180. Comedian schießt scharf gegen den WD. Köln, kein Skandal ohne Oliver Pocher, 45. Der Comedian hat sich jüngst zum Umgang des WDR mit alten Aufzeichnungen von Otto Walkes, 75, zu Wort gemeldet und dabei mal wieder vom Leder gelassen. Beinahe kein Thema in Deutschland kann ohne seine Meinung diskutiert werden, jetzt hat sich der mehrfache Familienvater ausgerechnet zu Kumpel Otto Walkes geäußert. Hintergrund, anlässlich zum 75. Geburtstags der Humor-Ikone strahlt der WDR gleich mehrere Episoden der Otto-Show aus den 70er Jahren aus, inklusive Warnhinweis. Das folgende Programm wird, als Bestandteil der Fernsehgeschichte, in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden, heißt es beim WDR. Zu viel für den dünnhäutigen Oli Pocher. Es war und wird immer lustig bleiben. Wer darüber nicht lachen kann und nach 50 Jahren die politische Korrektheit sucht, um einen Warnhinweis hinzuzufügen, schrieb der 45-Jährige auf Instagram. WDR bezieht keine Stellung zu betroffenen Textstellen. Um welche Passagen es sich im Detail überhaupt handelt, lässt der WDR aus Köln derweil offen. In aller Munde ist der TV-Sender damit allerdings allemal. Schon vor wenigen Tagen hagelte es für den Westdeutschen Rundfunk massive Kritik. Anlass dafür war die Kostenexplosion für die Sanierung des Filmhauses in Köln. Zurück zu Otto. Der Entertainer feierte bereits am 22. Juli seinen 75. Geburtstag und dürfte vom Rummel um die Ausstrahlung seiner Show weniger begeistert sein, als von seinem Mega-Erfolg mit Musiker Shi Agu, 25. Dem Rapper gab der Erfinder des »Ottifanten« Anfang des Jahres das »Go«, um mit dem Song »Friesenjunge« die Charts zu stürmen. Sogar gemeinsame Auftritte haben die beiden Spaßmacher in den vergangenen Wochen absolviert. Da gerät das Warnhinweis-Gate des WDR fast schon wieder in Vergessenheit. Da gerät das WDR fast schon wieder in Vergessenheit.